Um klar zu zeigen, wir stehen nicht ein für Gewalt und für Niedertracht in der Gesellschaft. Es liegt natürlich wieder an euch. Ihr könnt natürlich auch wieder anfangen, Leute auszugrenzen, die irgendwas zu sagen haben, zu diskriminieren, zu verurteilen oder sonst was. Irgend so ein Bullshit, wo ich sowieso nichts drauf gebe. Ansonsten, die Leute, die es verstehen, die eben auch sagen, Nein, Stopp und Halt. Hier hört es auf, hier ist eine Grenze. Diese Leute mit Verstand und Bildung wünsche ich noch alles Gute und bleibt so. Haltet ein. Nein, wenn etwas falsch läuft, sagt Nein. Steht dazu, nicht zu allen Nein zu sagen, sondern zu den Sachen, die wirklich nicht gingen, die No-Go sind. Ja, wie Rechtsextremismus oder eben Gewalt, die auch teilweise vom Rechtsextremismus stark ausgeht. Aber auch in der normalen Gesellschaft stattfindet, natürlich. Und ich sage ganz klar eben, nein, ich bin kein Befürworter dieser Gewalt, sondern stehe absolut dagegen. Und das verstand ich auch immer. Und das hoffe ich, werden auch andere tun und ein klares Zeichen setzen, dass dieses I-Tüpfelchen, was jetzt erreicht wurde, ja, also das ist absolut jenerissig, ja. Das ist meine Meinung dazu. Naja, bis bald. Rögelchenko. Rögelchenko.